Lange nicht gesehen. Moderatorin Milka Lov-Fernandes überrascht uns auf der Dolphins-Aids-Gala in Düsseldorf, dann auch noch hier mit. Sie trägt jetzt Zahnspange mit 37 Jahren. Ich find's ja richtig geil. Aber einen großen Nachteil hat das Ding dann doch. Ein bisschen nervig beim Essen oder sowas, wenn man aus so einer Gala ist. Hängst du dann nachher immer so, kann ich noch was sagen? Nee, alles gut. Seit drei Monaten ist der Draht schon drin. Bis die Zähne richtig gerade sind, dauert's aber noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.